Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Wir waren ja hier das letzte Mal immer noch im Chapter 5 in Rapture. Und ja, wir sind ja jetzt bei dem Level hier namens The Lamp. Mit diesen komischen Plattformen. Mal sehen, ich hoffe, dass wir das jetzt in diesem Part hier schaffen. Ähm, okay, fängt ja gut an, verdammt. Komm schon, ich werde jetzt auch nur ein oder zwei Parts aufnehmen, weil es schon wieder ziemlich spät ist. Wow. Gut, äh, komm jetzt. Boah. Ich habe einfach kein Timing. Ich brauche ein viel besseres Timing für dieses Level. Boah, das war jetzt mega schlecht. Huh. Komm schon. Boah. Fängt ja schon gut an hier. In dem Part. Oh nein, das war nicht gut. Ich muss springen, wenn es noch weg ist. Jetzt. Genau. Jetzt. Boah. 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 Okay, hier bin ich safe. Jetzt muss ich da drauf springen. Warten. Springen. Okay. Müsste ich hinkriegen. Jetzt. 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 Wow. Nein. 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 Ich habe es fast geschafft. Ich war so nah dran. Kommt schon. Übrigens. Was ich auch noch dazu sagen kann. Das hier ist gerade ein Part, der vielleicht bei Dings landet. Bei PlanetKey.de. Da sie eine ziemlich geile Aktion machen, wie ich finde. Und ja. Ich bewerte mich einfach mal dafür. Hallo an die. An das PlanetKey Team. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wow. Fuck. Sorry, falls ich gerade ein bisschen durcheinander bin. Das liegt einfach daran, dass ich mich hier ein bisschen konzentrieren muss. Was ziemlich schwer ist, wenn man die ganze Zeit dabei redet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich gerade den richtigen Namen gesagt habe. Ich hoffe es einfach mal. Ja, doch müsste ich. PlanetKey habe ich glaube ich gesagt. Ja. Gut. Oh Gott. Wow. Oh, fast hätte ich es noch geschafft. Da hoch. Verdammt. Komm schon. Huah. Wow. Okay, aber ich glaube ich habe eine Taktik für da oben. Ich muss immer zweimal springen. Ich werde euch gleich zeigen, was ich damit meine. Und, Moment. So. Ich muss mal mein Mikro etwas richten. Jetzt. Jetzt. Wow. Okay. Das ist immer so knapp. Jetzt. Jetzt. Oh Gott. Komm schon. So. Zwei Sprünge. Zwei Sprünge. Nein. Nochmal. Ja. Komm. Boah. Geil. Endlich. Gut. Was war denn das für ein abgespacktes Huh? Egal. Oh Gott. Endlich. Nächster Level. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. King Carrion. Was stand da? Ich konnte es nicht genau lesen. Wow. Okay. Da sind wieder kleine, weiße, komische Viecher. Was ist denn das da hinten? Für ein Vieh. Oh. Okay. Ich sehe es schon. Es verfolgt mich. Wow. So ähnlich wie die Meat Boys. Nur fliegend. Komm. Mein. Boah. Was war das jetzt? Eine Mischung aus Nein und Ma? Mein. Auch gut. Aber das Level scheint nicht allzu schwer zu sein. Hier muss man wenigstens nicht so timen. Oh Gott. Das war nicht gut. So. So. Und hier rüber. Genau. Wow. Moment. Moment. Ich habe doch den Schlüssel. Was soll ich denn noch tun? What? Moment. Hier ist nichts. Ist hier oben vielleicht noch irgendwo was? Boah. Lande ich jetzt? Nee. Das wäre auch epic. Aber. Wo soll ich denn noch hin? Oh. Okay. Ich sehe schon. Gut. Hier links ist auch noch ein Schlüssel. Wow. Okay. Das war jetzt leicht fail. Oh. Ja. Das war natürlich viel besser. Muss ich schon zugeben. Komm schon. Ich schaffe es. Ich muss nur an mich glauben. Okay. Das sollte ich nochmal überdenken. Das wird dem Glauben. Komm. Ich frage mich immer noch. Ist das überhaupt Salz da unten? Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall so aus. Wie aus der Salt Factory. Nein. Fuck. Könnte auch sein, dass es nur so aussieht. So ähnlich. Wow. Wow. Okay. Shit. Was ist das überhaupt für ein Vieh? Ich würde dem gerne einen Namen geben, aber... Ich weiß nicht. Mir fällt da irgendwie kein Name zu ein. Oh. Shit. Der war genau im Weg. Aber das Level ist schon geiler als eben das. Wie gesagt. Kein Timen und so. Klar, so ein bisschen braucht man immer in dem Spiel. Aber jetzt nicht überwiegend wie eben. Komm schon. Wow. Naha. Was mache ich denn? Das schafft man auch bestimmt irgendwo hier drauf. Yo. Boah. Was für ein Glück. Geht das auch noch? Komm schon. Nein. Eklat das Vieh. Komm, komm, komm. Huah. So. Ich stecke fest. Jetzt. Nein. Ich hätte jetzt nur noch nach rechts rennen müssen. Gut. Das ist aber... Ich denke mal, das schaffe ich diesmal noch in dem Part. Hoffe ich jetzt einfach mal. Komm schon. Wow. Verdammt. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich schon aufnehme, weil ich wollte eigentlich für Planet Key genau 15 Minuten oder halt 20 Minuten, wie auch immer, aufnehmen. Nicht, dass da so ein Cut irgendwo drin ist. Das wäre leicht doof. Na, ich werde einfach ein bisschen zocken und dann einen Schnitt machen. Ich hoffe mal, das passt. Und ich springe daneben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einmal Planet Side gesagt habe. Vorhin. Aber Planet Side ist ein Spiel. Nicht verwechseln. Nicht verwechseln. Hoffentlich habe ich das nicht gesagt. Wenn ich sorry... Äh, wenn ich es gesagt habe, sorry. Boah, kann ich da eigentlich reinrennen? Das weiß ich ja nicht. Boah. Ich dachte schon, ich falle da schon wieder runter. Da ist das Vieh gleich wieder. Ja. Nein. Warum muss ich denn so unfähig sein? Ich habe echt das Gefühl, dass ich Planet Side gesagt habe. Naja. Passt schon, passt schon. Planet Key, Planet Key. So. Gut, jetzt weiter aufs Spiel konzentrieren. Ich werde das hoffentlich noch schaffen. Hier der Schlüssel. Das hier ist Ekelhaft Vieh. Wow. Okay. Da war ich jetzt geschockt, weil ich dachte, der kommt genau auf mich zu. Ma. So. Dum, dum, dum. Komm schon, komm schon. Puh. Okay, okay. Es läuft gut. Schlüssel. Und wieder nach rechts. Wo ist das Vieh? Drecksvieh da. Nein. Fuck. So knapp. So knapp. Das schafft man. Okay. Das auch. Gut. Naja. Wie man es nimmt. Geschafft habe ich es ja jetzt nicht unbedingt. Ma. Ich will wenigstens auch dieses Level schaffen in dem Part. Das ist mein Ziel. Wow. Okay. So unfähig werde ich dann bitte nicht sein. Dass ich noch nicht mal mehr das schaffe. Ah, diesmal bin ich nicht genau da drauf gelandet. Schade. Komm langsam. Gut. Ma. Jetzt habe ich vergessen, den A-Knopf zu drücken. Verdammt. Sollte ich hier jetzt kurz off-topic reden? Ja, komm. Mach ich kurz. Ähm. Wenn ich Super Meat Boy abgeschlossen habe, werde ich... Wow. Okay. Dann werde ich Zelda Let's Playen. Ja, man kann da reinlaufen. Okay, wo war ich? Genau. Nach Super Meat Boy werde ich ein Zelda-Teil Let's Playen. Ich weiß noch nicht genau welchen. Entweder Ocarina of Time oder Majora's Mask. Ich weiß es noch nicht genau. Welchen von den beiden. Wird auf jeden Fall ganz witzig. Weil ich so gut wie keine Ahnung von den Spielen habe. Leicht peinlich als Gamer, aber... Naja. Ich habe das Spiel halt nie wirklich gespielt. W-T-F. Okay. Jetzt war ich richtig überfordert. Ich denke mal, ich habe den Satz jetzt beendet. Da ich jetzt so überfordert war, weiß ich das gar nicht. Boah. Das deckt mich ja sogar richtig weg. Komm, lande ich. Lande ich auch fast. Komm, das schaffen wir doch bestimmt, oder? Irgendwo drauf zu landen. Ja, egal. Oh, vielleicht von hier, ja. Ich probiere es aber auch als wieder. Komm. Jetzt machen wir es mal, wie es gewollt ist. Und ich glaube, so ist es auch gewollt. Haha. Und geht schneller. Dann, 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 dann. Wow. Verdammt. Wuhu. Boah. Das war ein schneller Abgang. Das geht, glaube ich, sogar erwartet. Wuhu. Yo. Geil. Da habe ich doch eine schnelle Form gefunden. Kommt schon. Ich will das jetzt hinbekommen. Wobei der Teil, muss man schon zugeben, ziemlich hart ist. Da bin ich jetzt nicht mehr rausgekommen. Boah. Wow. Ganz ruhig, Meat Boy. Oh, verdammt. Ich hasse das Zeug da unten. Ohne das wäre das so einfach. Oh, nein. Ich nehme den Weg. Geh schneller. Als zu warten. Okay. Schlüssel. No. Ich glaube, das ist Drecksvieh. Oh. Hui. Unten lang. Unten lang ist besser. Moment. Ich habe mich gerade auf etwas anderes konzentriert. Ich habe mir gerade schon einen Weg für später überlegt. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wobei. Wenn ich es auch mal besser entschaffe, werde ich das probieren. Nein, nein, nein. Verdammt. Einmal versuche ich es jetzt noch und dann gucke ich mal eben, wie lange ich schon aufgenommen habe. Aber wie gesagt, ich will das in einem Part haben. Weil das einfach besser ist, meiner Meinung nach. Boah. Okay, dann gucke ich mal eben, wie lange ich schon aufgenommen habe. Bis gleich. Okay. Da bin ich wieder. Wir können noch einen Moment machen. Wir sind gerade bei 13 Minuten. Ich werde, denke ich, äh, so um die 20 Minuten machen. 20 Minuten passt, denke ich. Uff, so. Oder machen wir es so. Ähm. Entweder bis ich das Level geschafft habe. Oder halt 20 Minuten. Uff, komm schon. Mist. Dieser No-Skill hier. Schlimm mit mir. Naja. Ich denke mal, viele werden sich freuen, wenn man... ...so was findet. Heißt jemanden, der einfach gar nichts kann, dem man dann auslachen kann wie mich. Weil ich einfach so schlecht in dem Spiel bin. Boah. Es gibt ja auch viele, die hier wahrscheinlich einfach durchrennen würden. Als wäre das das einfachste Level. Ich meine, ich finde es auch nicht unbedingt schwer, aber... ...ich weiß nicht. Es sind irgendwie immer dumme Fehler, die ich mache. Dum-Dum. Bom. Boah, diese Musik. Die immer wiederholende Musik. Oh. Rundenlang ist immer gut. Boah. Ich rutsche immer davon ab. Schlimmer Fleischklumpen. Komm schon. Boah. Ihr könnt mir ja auch gerne mal empfehlen, wenn ihr wollt. Ich spiele mit dem Xbox-Controller. Mit dem Xbox-Gamepad, mit dem Originalen. Ob ich lieber mit dem linken Stick steuern soll... ...oder lieber mit dem... ...Digipad, also mit dem Steuerkreuz. Ich weiß nicht. Pff. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr besser findet, wenn ihr wollt. Oh Gott. Komm schon. Nein. Jetzt habe ich vergessen, meine Idee umzusetzen. Was finde ich denn für ein Kack-Dub. Komm schon. Schlüssel. Warten, warten, warten. Wo ist denn das vier hin? Da. Hoch. Oh. Jetzt schnell. Badam. Bam. Komm. Nein. Es funktioniert nicht, glaube ich. Nein. Das funktioniert echt nicht. Wenn ich so ein kleines Stück fehlt, dann hätte ich da hochspringen können. Das ist natürlich auch an alles denken. Schlimm mit denen. Oh. Oh. Verdammt. Ich spiele es mal mit dem Steuerkreuz. Mal sehen. Okay. Es ist... ...ungewohnt auf jeden Fall. Aber... ...ob es besser ist, weiß ich noch nicht. Wow. Das war richtig knapp. Hat mich fast weggesnackt. Eklavtes Drecksvieh. Boah. Ich springe daran vorbei. Komm schon. Oh. Das habe ich kommen sehen. Wuhu. Boah, so geht es auch. Oh. Ich glaube, ich schaffe das Level echt nicht mehr. In dem Part. Da, 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 da. Blau. Boah, diese Geräusche, ey. Nein. Okay. Machen wir es wieder wie in den anderen Parts. Ich, äh... ...mache es immer so, dass ich... ...wenn ich, äh... ...keine Zeit mehr habe oder so... ...sagen, noch drei Versuche. Und das mache ich jetzt auch. Noch drei Versuche und dann stoppe ich die Aufnahme. Dann müssten das eigentlich Ca. 15 bis 20 Minuten sein Okay, der erste Versuch ist schon vorbei Komm, bitte Bitte Oh Gott Wie fucking nah das Drecksfilm hier schon wieder war Verpiss dich Du Monster Okay, letzter Versuch Allerletzter Versuch Komm schon, komm schon, komm schon Speedrunning Boah, ich glaube ich habe das Vieh Abgehangen Boah, und dann habe ich genug Zeit Und, oh, okay, komm, einmal noch Dann hatte ich genug Zeit, weil das Vieh weg war Und dann verkacke ich Ich super Pro Komm, schnell weg Ich glaube, ich habe wieder genug Zeit Oh Gott Moment Ja Und? Boah Ich hätte mich so getötet, wäre ich da jetzt runtergefallen Ich habe es doch geschafft Gut Gehe ich noch einmal ins nächste Level, um es nur zu sehen What? Wartet Moment Das ist jetzt What the fuck Okay, aber Gut Hätten wir das auch noch geschafft Dann würde ich sagen, war es das jetzt für den Part Ich hoffe, euch hat der Part gefallen Und ihr könnt ja mal gerne noch mehr Videos von mir anschauen Oh Gott, was war das denn jetzt für ein Satz? Naja Es ist schon spät, 4 Uhr Also, 4 Uhr nachts Und wie gesagt Ihr könnt gerne mal bei meinen anderen Videos reinschauen Und, naja Bis dann Ciao Ciao